einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zurück zu ghost of tsushima wir haben diese aufzeichnungen gefunden also wir haben jetzt zwischen den zwei videos so ein bisschen gesucht und da haben wir festgestellt das muss eigentlich im gebäude sein das vibrieren ist jetzt auch weg das heißt diese aufzeichnungen waren dieses artefakt zugegebener zeit können wir uns das mal anschauen was da drin steht jetzt geht es uns darum mal wieder oder was heißt mal wieder fortzufahren mit der ishikawa story das heißt wir sollten zurück zum sensei beziehungsweise vorher haben wir uns noch gedacht finden wir einen weiteren unbekannten ort ist das schon die richtige richtung ja man kann sich man kann sich hier auch einfach nur aufhalten rein zufällig ist es genau in die falsche richtung also ihr seht das fragezeichen da da wollen wir gerne hin naja entgegengesetzt hat rufen wir das pferdchen da können wir ein bisschen schneller reiten jawohl ja gas geben gas geben wie bei gta so also wie gesagt einen weiteren geheimen ort nicht mehr so geheim machen und anschließend wieder zum meister ishikawa wie es dann da weitergeht und was wir über den guten herrn noch erfahren das lasst eine überraschung sein jetzt ist da wieder ein vögelchen hier rechts man könnte sich allerdings auch den ganzen tag damit beschäftigen vögel hinterher zu rennen das ist leider auch so aber das macht ja nichts das ist durchaus schön was man dadurch entdeckt deswegen haben wir das oder war das jemand anders das auf jeden fall ist das der geheime ort ist das jener an dem zeichen da guck doch ja ja natürlich sehe doch fragezeichen ich glaube nicht dass du freundliche leute da niedermetzeln kann das habe ich jetzt gesammelt das sah aber aus wie ein ganzes schwert was da jetzt rum lag ist das neue schwerte dass das eine neue optik tötet gegner schneller ich habe das also ist ein schwert jetzt habe ich verstanden das ist einfach nur für der optik wegen also doch noch ein optisch ja okay ja dann ist das ja nicht so wild das wäre jetzt was gewesen ein deutlich stärkeres schwert jetzt zu finden mal eben von dem vogel gezeigt wie ist das eigentlich mal mit waschen sollen wir uns nicht mal das blut aus dem gesicht waschen spring doch einfach mal runter komm mach mal spaß halber macht er wahrscheinlich ähnlich komm jetzt sehr schön das wäre schön mal ins wasser zu springen ein sehr sehr schönes spiel oh je den hat es erwischt also den ort haben wir gefunden das heißt jetzt zu Ishikawa mit der schnellreise ja das erspart ein bisschen zeit und vor allem läuft man nicht gefahren eventuell wieder irgendwelchen herumstreuenden mongolen in die in die hände zu rennen es geht einfach ein bisschen schneller und es geht die Ishikawa-missionen vielleicht verbuggt also wenn wir ihn gar nicht finden können wir halt auch was anderes ah guck mal da hinten der siebte sporen ja 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 da war auch einige vielleicht mal die haltung ändern besser drüben noch ein bogenschütze dennoch erledigen bevor du den schildträger muss ich auch merken welche haltung jetzt gut weil sie schilder die scheinen sich das reproduzieren vor das war jetzt die wasserhaltung für für schild gelb das muss man ja um sind merken wasserhaltung für schild und stein das war anderer stein steinhaltung für schwertträger so vorher wieder opi dass wir fleißig am joggen hier magst du neben dem herr aufladen wir werden zu mir besiegen natürlich x hat ja nur bei opi gelassen das wird nicht leicht sagte ja war bis jetzt um irgendwas leicht um war ein besten lässt den baum unser pferd jetzt wird ja evakuiert das ist sehr effektiv dann doch ich denke wir werden jetzt ja auch die fässer vor allem noch drei rum so wie ich das sehe hinten soll im baum das gegnerkleidung trockenes gras und brand dass wir sie in das gras locken können können wir das gras anzünden interessant wäre jetzt zu wissen hätten wir diese brandpfeile jemals bekommen wir diese nebenmission nicht gemacht dass ja das werden wir niemals erfahren so wo sind sie denn jetzt die mongos nicht schlecht die sind ja nicht dumm ja so alles sämtliche planung am arsch ja ich auch nicht auch recht kurzfristig die müssen sich gut die sich sehr gut angeschlichen haben kann man nicht anders sagen ja da hinten war das war wahrscheinlich auch eher so ein abdeckungsmanöver die pfeil im boden sitzen da hinten versucht erstmal die zu erledigen und in der zeit haben die sich im hohen gras angeschlichen hier oder hatte die jetzt alle alleine erledigt vor diesen 23 der andere steht also lustig zwischen zwischen fass und und vermissen der sich seiner dummheit bewusst ist jetzt muss man es auch auf die altmodische machen so wie es aussieht da kommt immer wieder neue von hinten vielleicht auch irgendwie mal probieren so ganz nebenher das fass zu erwischen bzw da hinten steht jetzt auch ein pfeil und bogenschütze ich versuche es ganz klein zu machen hier noch was? kannst du nicht mal den eigenen noch was machen? du bist ein meister du hast auch noch cool ein ne? du bist noch ein bogenschütze? juhu endlich hab ich es auch mal geschafft ja aber da sind noch mehr es sind noch mehr da das ist schon aufregend die westen scheint auch kein feuer zu interessieren ne? aber sieht alles sehr gut aus also die scheinen jetzt demnächst erledigt zu sein aus nächster nähe auf die fässer würde ich nicht schießen aber das ist ja echt langsam mal gut ne? also dafür dass das angeblich nebenmissionen sein sollen sind sie recht heftig lass mich doch einmal zielen wer ist das hier? ja und der opi steht immer nur da weißt du keiner interessiert sich für opi oh doch jetzt haben wir das ja genau heilen ja wie denn ach geht nicht grad das ist aber doof war's das oder? ja sprich mit Ishikawa scheint erledigt zu sein das war anstrengend ich hab vorhin wirklich nach oben geguckt und gesehen hä wo kommen die ganzen Pfeile her? und auf einmal stand die schon vor mir die haben ein ganz reizendes Ablenkungsmanöver gestartet bin ich der Meinung nach unten alles voll hier die Q-Leights sind wahnsinn ja die sind sehr wichtig das habe ich jetzt also nur vom hingucken habe ich das jetzt auch schon festgestellt ich habe ja jetzt nicht selber gekämpft so alles andere können wir leider nicht aufsammeln weil wir schon zu viel haben ja ja auf jeden Fall auf irgendeinem Wege muss ich ja noch das Inventar irgendwann erweitern lassen um mit ihm zu sprechen natürlich da ist sie oder da ist sie jetzt die ja ja macht doch von den unten gleich Pfeilen und so ja Sie haben ein großes Problem mit uns zu haben. Sie haben ihn nicht zufrieden. Sie haben ihn nicht zufrieden. Sie haben ihn nicht zufrieden. Das ist eine Geschichte für die Kaffee zu retten. Einen Sie? Sie haben ihn zufrieden. Sie haben ihn nicht alle, die alle信. Sie haben ihn nur die Begegnung. Sie haben ihn nicht zufrieden. Sie haben ihn nicht zufrieden, aber... Schau mal. Was ist das? Tomei, auch? Ich wollte mich wieder erzählen. Ich wollte mich wiederholen. Das ist richtig. Aber wir sehen uns doch auch nicht. Sein Problem war, wir hatten Angst zu zu tun. Aber wir waren das Beste. Das Beste. Ich weiß nicht, wie er steht, um sich das Beste überwere. Wie geht es? Aber es muss sich auch nicht geholfen, Ich bin ein neuer Freund mit zweiter Beste für keine Beste. Ja, das ist doch. Aber ich habe auch noch nicht die letzte Mission bei ihm sein wird, Tomoe zu töten. Aber wirklich toll. Du musst mal bedenken, dass es eine Nebenmission ist. Ja, also ich habe, wie gesagt, bis jetzt haben wir bei keiner Mission den Eindruck gehabt, dass sie irgendwie nebensächlich sei. Ja, ja. Also das macht wirklich Spaß. Selbst wenn sie nicht direkt die Story voranbringen, dann bringen sie doch irgendwo Verbesserungen. Ja, schon, weil im Endeffekt geht es ja doch darum, dass wir ihn auf unsere Seite ziehen, damit er uns unterstützt. Ja, wir müssen ihn auch rekrutieren am Ende. Ist ja schon rekrutiert. Ja, stimmt. Aber dann kommen ja noch mehr Leute, die rekrutiert werden müssen. Und wenn die, sage ich mal, jetzt auch jeweils so neun Missionen haben, dann ist da natürlich noch einiges zu tun. Aber auf der anderen Seite hat man nachher ein paar Verbündete. Okay, also aktuell können wir keine neue anwählen. Oh, was? Also sein Icon ist weg. Okay, ja, dann müssen wir vielleicht erstmal wieder was anderes machen. Schade. Ich hätte das wirklich gerne zweiter gemacht, ne? Das hat Spaß. Ja, und wenn wir schon mal hier sind, hätten wir ja auch sagen können, ne? Weiter, 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 weiter. Aber gut, wir können jetzt auch mal was anderes machen. Das ist jetzt nicht schlimm. Vorfall an der Hiyoshi Schluck. Wir können auch nebenher mal so der Hauptstory ein bisschen folgen. Ja. Wobei wir dann ein Stück weiter weg müssten, aber ist ja auch per Schnellreise, glaube ich, schnell gemacht. Was ist das? Befreie das Ogawa-Dojo. Wir könnten mal das hier machen. Das wäre in der Nähe relativ. Ja, ist aber wieder im Mongolen-Gebiet, dann müssen wir wieder viel kämpfen. Ja. Macht das mal. Wir haben noch Zeit. Alles gut. Ja, es muss nicht so weit sein. Ich nehme das Pferd hin. Wo bist du? Vielleicht finden wir was Interessantes auf dem Weg. Ist das nicht mal jetzt der Himmel? Nee, wer ist denn das da oben rechts? Rechts. Shimura-Sama war Go-Kenshau. Wer ist das? Ja, siehst du, ich habe doch gesagt, da ist jemand. Ich habe die nicht gesehen. Oh mein Gott, ist das das mit den Haikus jetzt? Das weiß ich nicht. Boah, guck mal. 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 Ah, okay. Hat der uns im Prinzip jetzt auch nichts Neues erzählt, ne? Toll, aber guck dir mal an. Also es ist wirklich... Ja, und das so nebenher jetzt erzählt bekommen. Nochmal. Stirnband der Harmonie. Also ich würde das tatsächlich ganz gerne machen. Hier sind wir jetzt ja gerade in der Nähe. Ja, ja. Wollen wir mal schauen, wo muss man genau hin? Oh, genau. Darüber. Ja, das sind wir doch schon. Ja, das ist schon in der Nähe. Das sind diese Plätze. Ich habe die schon gesehen. Diese Matte. Ja, ja, stimmt. Die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ja, weil beim Dojo von Ishikawa ist auch sowas. Ja. Da habe ich mich gewundert, was ist das? Was ist das für eine Matte? Und jetzt fängt er an, so einen Zettel da zu schreiben, ja? Haiku. Ja, natürlich heißt das Haiku, aber was schreibt man denn da so auf? Ja. 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 Cool. Alles klar. Das mach ich jetzt auch jeden Tag so. Toll. Sehr schön. Was blöd ist, wenn ich mich hier irgendwo hinsetze, sehe ich überall bloß Häuser ringsrum. Und Parkplätze. Ja, Heiken ist eine sehr, sehr alte japanische Gegriffsform. Dann sollte man sich mal drüber informieren. So, wer ist da drin? Guck mal. Auf jeden Fall jemand mit einer Sprechblase. Ja, hallo. Oh. Bisschen. Okay, aber mal baden. Naja, auch noch nebenher. Warum denn nicht? Ist doch alles wunderschön. Wo ist das? Im Bad. Ihre Schwester. Du müsstest ja jetzt rein theoretisch auch auf der Karte irgendwie sichtbar sein, oder? Nee. Nicht? Ach, Schwester. Ja, woher weiß ich denn, wer ihre Schwester ist? Die ist ja jetzt gegebenenfalls dann markiert. Irgendwie. Auch mit einer Sprechblase oder Ähnlichem. Ich hör mal das Bambus-Ding. Ach nee, da sind wir vorher schon vorbeigelaufen. Da unten? Guck mal, da ist was. Zumindest ein Symbol. Wunderschön. 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 Ich würde fast sagen, ja, ne? Ich würde mal die Stimme machen. Ich würde mal die Stimme machen. Dann gehst du hier. So. wieder wie die heile war die nötige matthau dekirte hier ist ein total so hat der kraft der koko cdc der nackig vor der damen alle anderen haben irgendwas zumindest mal um den schritt rum aber er hat glaube ich wieder nach gedeiht ich würde mal den wasser kommen wir noch nicht kennengelernt haben wir müssen sie auch noch möchte was er über sie weil wir möchten auch noch die frau rektur rekrutieren ich würde auch mal interessieren wo unsere maximale gesundheit dann zu ende ist wie oft können wir denn sinnieren das wäre ja auch zu einfach jetzt hier einfach mal in jedem heilbad einmal aber wunderschön wirklich toll dina in koto war ich meine wachkotene wasser das ist das ist das ist das ist das ist das ist das das ist das ist das ist das ist das spiel hat das spiel hat heilende wirkung Das können wir nicht zulassen. Nein, auf gar keinen Fall. Überleg mal, jemand greift sämtliche deutschen Bierbrauereien an. Da ist aber sofort Krieg. Da ist Spaß vorbei. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir den Krieg sogar gewinnen, wenn es ums Bier geht. Wenn es ums Bier geht, ja. Ja. Weil da hängt man sich dann auch rein. Nicht so hier Weltherrschaft. Nein, nein. Draußen sind die Mongolen unterwegs. Ja. Und die machen hier Entspannung pur. Und diese beiden Herren hier sitzen in Schlüpper und einsaufen und sich erholen, muss ich Tsushima befreien. Die kriegen nichts von der Außenwelt mit. Eine Nudelrutsche. Nein. Keine Nudelrutsche. Es ist nicht Animal Crossing hier. Oh Mann. Es ist Samurai Crossing. Das stimmt. Ähm. Und kein Ishikawa-Symbol, das finde ich ein bisschen besser. Ja, vielleicht müssen wir erst wieder irgendwas tun. Ja, ich denke auch. Wäre jetzt zwar gut zu wissen, was wir tun müssen, damit wir bei ihm weitermachen können, aber... Ja, wir müssen ja nicht unbedingt... Vielleicht müssen wir auch einfach noch irgendwelche... Aber wir könnten Schnellreise hierhin machen und uns einfach das hier angucken. Oder? Ja, muss auch nicht so ein bisschen Richtung Story vielleicht wieder gehen. So ein bisschen. Na gut, wir haben jetzt so ungefähr 10 Minuten für das Video. Ich guck's mir mal an, ja? Ja. Das mit der Kampfhaltung hat vorhin beim Kämpfen sehr gut funktioniert. Wirklich. Ja, da muss ich nur merken. Also auf welcher Tastenbelegung welche ist. Und dann muss man wissen, welche Kampfhaltung für welche Umstände gut ist. Ich denke, das wird auch... Es hat sehr geholfen, den Schild zu brechen, weil ich musste dann nur noch auf eine Taste drücken und dann war sein Schild gebrochen. Ja. Ja, dreimal Dreieck, ne? Ja. Ist der Schildbrecher. Normalerweise musst du ja irgendwie eine Tastenkombination haben. So, reit mal schneller. Ja. Ja. Ich muss erst mal vielleicht gucken, wohin. Ja. Die Gaststätte, da waren wir ja vorhin schon. Ja. Aber auch schon ein bisschen geprügelt. Guck mal. Jetzt gehen wir wieder einfach zu irgendjemandem hin, der eine Sprechgase hat. Ja, Marc. Vorhin war halt niemand hier, weil es belagert war. Es ist hier ein Frauchen. Guck mal. Ja, warum trinkt da Tee? Oder so. Oder Mierchen. Wieso, Suppe? Hallo? Hallo? Was sind? Jetzt. Man kann ich nur von hinten ansprechen. Man darf nur von hinten ansprechen. Ja, das ist die japanische. Und das ist ein Hund. Äh, äh, japanische Kultur. Ja, natürlich. So ein Wuschelhund. Ich hasse die jetzt. Ja. So, jetzt habe ich leider nicht mitbekommen, was sie für mich... Ich auch nicht. Auf jeden Fall irgendein Ort wieder frei gefallen ist. Scheiß Töhle hier. Wir haben im Prinzip ja nichts gegen Hunde. Aber wenn sie mein Let's Play stören, dann schon. Unser Let's Play sogar. Das ist aber gut zu wissen. Das heißt, dass die Orte, die wir von den Mungoten haben, die wir von den Mungoten haben, den Wohlgefreien wieder aufgebaut und belegt werden. Und man muss das nicht mal aktiv selber machen. Jetzt überleg mal, du müsstest hier noch Häuser hinstellen oder sonst was. Das wäre schön. Das wäre schön. Aber es würde uns wahrscheinlich auch vom Rest ablenken. Das Blut ist noch nicht ganz getrocknet. Ja, es nähert den Boden, ich glaube. Es nähert den Boden. Es werden Pflanzen dort wachsen stärker. Oh Gott, geh mal zurück, bitte. Geh mal zurück. Das war heftig. Was war da? Oh mein Gott. Das ist auch Dünger bald. Okay, das ist echt ein bisschen abartig. Das ist nicht Kage. Ne, wo ist Kage? Ruf ihn. Sie. Du kannst ja offensichtlich jedes Pferd schnappen, oder? Ja, aber ich bin nicht so. Ist das Kage? Bist du da sicher? Ja. Wo steht der Name? Guck mal Herrschchen. Hör doch mal. Da pfeift jemand, ja. Da ist jemand? Fragezeichen Stadt. Fragezeichen Siedlung. Waren wir da nicht schon? Also in irgendeinem Lager von Überlebenden waren wir auf jeden Fall. Ein neuer Lager. Ein neues Lager. Ein neues Lager. Du bist am vollsten Ort angekommen. Okay, also derartige Lager scheint es dann des häufigeren zu geben. Oh Gott, Corona. Corona auch noch, ja, ja. Muss ja dann Covid-13 sein, oder? 13. Showman. Eigentlich war es ja schon das 14. Das hier nicht, sondern sehe ich das nur nicht. Da ist ein Händler. Und sonst? Mehr sehe ich hier jetzt gerade. Warte mal, dring mal mal links. Warte mal. Eigentlich meinte ich links. Wie lange ging das links? Da hinten unter diesem Unterstand, oder was ist das? Ein Typ ist da. Ne, das sieht auch nur so aus. Da ist was, ja. Vielleicht sagt mir da jemand irgendwas, wo was ist, oder? Die sind nicht so gesprächig hier. Die mögen keine Fremden. Vielleicht. Ich bin kein Fremder. Ich bin ein bekannter Samurai. Eine Legende, jetzt schon. Weil du im Vorbeilaufen Bäume abholst. Wow. Okay. Wäre das auch erledigt? Schade, ich dachte, naja gut, wir haben ja eh genug zu tun. Genug Missionen. Ja, also. Können wir mal zu dem... Gehen wir mal zum Golden Tempel, ja. Und von da an dann zur nächsten Story Mission. Wobei wir jetzt noch circa fünf bis zehn Minütchen für das Video hätten. Etwas Größeres anzufangen jetzt noch, weiß ich nicht. Hm, wir reiten wollen da hin. So, ein Geschenkchen ist für mich bereit. Was habe ich? Oh, eine Torrede. Wow. Rüstungsschmied. Wo ist dieser Rüstungsschmied? Oh, ja, den jetzt wieder finden. Da ist ein Filmchen schon wieder. Wo ist es hin? Da liegt was? Jawohl. Ich laufe mir mal nah. Kann einfach nicht anders. Wo ist denn das Hügelchen? Ich sehe es gar nicht. Da oben. Ah ja, okay. Da musst du wieder da hoch, glaube ich, auf die Felsen. Die Treppe hier würde sich anbieten. Vögelchen, wohin? Wohin? Wohin, Vögelchen? Wohin? Wohin, Vögelchen? Wohin, Vögelchen? Wohin, Vögelchen? Wohin, Vögelchen? Wohin, Vögelchen? Also bis jetzt liegt der Let's Play Videorekorder bei 61 in einem Let's Play. Das war das Stranding, ich schätze. Oh, einer, einer, einer Dings. Dings, ja. Ich schätze mal, das werden mehr als 60 Videos hier. Oh, ich hab das so lieb, das Filmchen. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen sinnieren, komm. Heute ruhen wir uns viel aus. Ja, ja, aber es steigert ja auch unsere Gesundheit. Unsere maximale. Das ist doch gut. Wir machen das keinesfalls zum Spaß hier. Die Berührung einer Geliebten. Was hast du gewählt? Ich glaube, ich weiß, was du gewählt hast. Kann ich mich nochmal ausführen? Ich kann es einfach probieren. Nein, nein, doch. Geht sinnieren auch nochmal? Und jetzt quasi dann nochmal Energie erhöhen? Das wäre ja krass. Aber ich glaub's bald nicht. Nee. Verlassen. Ja, das wäre zu leicht, ne? Nur noch für die Seele. Für die Seele des Spielers. So. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht das Video hier an dieser Stelle... Ja, ich schlage vor, dass wir Offscreen hier hinreiten und dann anfangen. Okay. Ja. Also, dann bleiben wir jetzt mal hier im schönen Pausenmenü. Ich beende das Video an der Stelle, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss!